Eine unserer Visionäre, Thomas Edison, sagte, viele Gelegenheiten bleiben ungenutzt, weil sie einen Blaumann tragen und nach viel Arbeit aussehen. Nichts ist umsonst. Dies bedeutet für uns, diese heutige Chance zu erkennen und mit voller Kraft voraus loszulegen. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was wir zu bieten haben. Was für eine Geschäftsmöglichkeit. Was für ein Produktangebot. Es wissen zu wenig. Wir haben unsere Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland gut begonnen. Es ist im Gange, aber es ist allein zu langsam. Wir gemeinsam, Sie alle in dieser Halle, wir alle müssen Botschafter werden von diesem Geschäft. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, hinausgehen und den Leuten unsere Geschichten erzählen. Und unsere Firma hat wirklich eine ganz tolle Story nachzuweisen, oder? Wir müssen die Frage stellen, weil es wird sehr viel erzählt über die Firma Amway. Aber was stimmt wirklich über ihre Partner? Dass wir in 1959 begonnen haben, dass Rich DeVos und Jay Fennendel gemeinsam zwei Highschool-Freunden einen Traum hatten, gemeinsam etwas aufzubauen. Das wissen wahrscheinlich alle hier in dieser Halle. Fakt ist aber auch, in 47 Jahren eine kontinuierliche Umsatzsteigerung auf jetzt 6,4 Milliarden Dollar. Fakt ist aber auch, wir sind ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft mit fast 15.000 Arbeitsplätzen weltweit. Über 1.400 davon allein hier in Europa. Und wir haben Tausende von Beraterschaften, deren Haupteinkommen aus dem Amway-Geschäft kommt. Wir bewegen was in der Wirtschaft. Fakt ist aber auch, wir haben über 2 Millionen unabhängigen Geschäftspartner weltweit, die ohne Umsatzvorgaben, ohne Kaufverpflichtungen und auch ohne Kopfgelder ihr eigenes Geschäft aufbauen. Ja, die sind so, die nennen das Kopfgelder, wenn man sagt, okay, man kriegt eine Prämie, wenn man irgendjemanden ins Geschäft bringt. Das machen andere Firmen, das machen wir nicht. Heißt ein Kopfgelder. Interessant. Unsere Firmenkomplex in Ede umfasst mehr als 80 verschiedene Gebäuden. Der Komplex ist über 1,6 Kilometer lang und über 104 Hektar groß. Eine weitere Tatsache. Die Firmen Amway und Quickstar besitzen weltweit mehr als 600 verschiedene Patente und haben 400 weitere beantragt. Fakt. Unsere Tochterfirma, unsere Tochterfirma Nutrileit, ist Nummer 1 auf dieser Welt in der Produktion und Vermarktung von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Und laut Euromonitor ist Nutrileit weltweit das einzige Nahrungsergänzungsprodukt, das auf eigenen organischen Farmen angebaut, geerntet und dann in eigenen Anlagen verarbeitet wird. Es trifft auch zu, dass Amway weltweit mehr als 500 Wissenschaftler beschäftigt. 100 davon Wissenschaftler und Experten am Nutrileit Health Institute in Kalifornien, wo wir gerade hergekommen sind. Sie befassen sich allein mit der Marke Nutrileit. Und es gibt auch ein Fakt. Es gibt 500 verschiedene Qualitätsprüfungen allein beim Nutrileit XX. Eine lustige Fakt. Letztes Jahr wurde so viel SA8 Waschpulver verkauft, dass es für 6,5 Milliarden weiße Hemden gereicht hätte. Wenn man diese Hemden aneinandergereiht aufgehängt hätte, dann hätte diese Wäscheleine die Erde um über 237 Mal umrundet. Fakt ist auch, der Amway-Verkaufs- und Marketingplan gewährleistet gleiche Chancen für jeden, egal wo und wann er mit diesem Geschäft beginnt. Alter bei uns spielt keine Rolle. Nehmen Sie das Beispiel an von John Glenn, egal wie alt Sie sind, mit 20 Jahren Kampffliegerpilot, mit 30 Jahren Düsenjäger-Testpilot, mit 40 Jahren Astronaut, mit 52 Jahren Senator, mit 77 Jahren Space Shuttle-Astronaut. Es geht doch, wenn man Ziele hat. Noch ein Fakt. Der Amway-Verkaufs- und Marketingplan belohnt auch fair und großzügig gemäß der von jeden Einzelnen erbrachte Leistung. Ohne Vorschriften von Umsätzen, dass sie unbedingt etwas bringen müssen, um dabei zu sein. Ohne die Kopfgelder, die ich gerade erklärt habe, die auch eine falsche Gewichtung in unserem Geschäft bringen können. Ohne Gebietsschutz, ohne Mindestumsatzvorgaben, sei es wöchentlich, monatlich oder jährlich, wie es in vielen Firmen gibt. Noch ein Fakt. Nicht viele Firmen haben die Werte von Anfang an als feste Bestandteil der Firmenkultur und Unternehmensstrategie wie Freiheit, Familie, Hoffnung und Anerkennung. Und unter dem Motto, Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Ein riesiger Grund, stolz zu sein auf dieses Unternehmen. Bei Amway zählt auch Menschlichkeit. Bei all seinem einmaligen Wissen war das bei Albert Einstein genauso. Sein Lebensleitfaden war, lerne aus gestern, lebe für heute und hoffe für morgen. Ein weiterer Fakt. Seit 2003, die letzten drei Jahren, haben Amway Mitarbeiter von Amway und Quickstar und Alticore insgesamt über 500.000 Stunden ihrer Freizeit dafür investiert, sich ehrenamtlich dafür einzusetzen, dass junge Menschen weltweit ein besseres Leben führen können. Ein weiterer Fakt. Alticore hat insgesamt 65 Forschungs- und Qualitätssicherungslaboren weltweit. 38 davon in Eder, 15 in Kalifornien und 12 im Übersee. Eine weitere Tatsache. Seit 1959 haben Amway und Quickstar insgesamt 25,4 Milliarden Dollar in Boni und Incentives an IBOs, also an Geschäftspartner, ausgezahlt. Mehr als jede andere Direktvertriebsfirma weltweit. Noch ein Fakt. Neutralite ist Sponsor des schnellsten Manns der Welt, Asafa Paul. Weltrekordhalter im 100-Meter-Lauf. Und Asafa nimmt Neutralite XX und er sagt, sein Zitat, dass er sein Weltrekord, seine Nahrungsergänzung, Neutralite XX, diese Leistung zu verdanken hat. Mit Doug DeVos und Steve Fennendel an der Spitze des Unternehmens hat Amway auch sehr erfolgreich den Generationswechsel geschafft, was nur 20 Prozent von allen Familienunternehmen eigentlich schaffen. Die Skeptiker haben an uns gezweifelt. Keiner hat daran geglaubt. Aber wir hatten Recht. Beharrlich müssen wir alle sein. Und manchmal auch die Neinsager einfach ignorieren. Fakt. Neutralite hat vier zertifizierte organische Farmen in den USA, Brasilien und in Mexiko. Darunter die größte organische Kräuterplantage in ganz Nordamerika, die pro Jahr bis zu drei Millionen Pfund an Kräutern produziert. Noch ein Fakt. 15.000 Qualitätsprüfungen werden jeden Monat an Neutralite-Produkten vorgenommen. Unglaublich. Ein Fakt. 28.800 LOC-Flaschen werden pro Tag weltweit verkauft. Pro Tag. Ein weiterer Fakt. Die Direktbetriebsindustrie in Europa verzeichnet in den letzten drei Jahren ein Durchschnittswachstum von 3,5 Prozent. Und Amway ist im gleichen Zeitraum in Europa um sage und schreibe 35 Prozent gewachsen. Kein anderer in diesem Zeitraum ist schneller gewachsen als wir. Letzter Fakt. 80 Länder und Territorien dieser Welt bei uns gestartet. Und noch nie, noch nie hat Amway ein Land verlassen, das Geschäft aufgehört, indem wir ein Geschäft angefangen haben. Wie viele Unternehmen können das behaupten? All dies sollten Sie alle wissen, aber vor allem weitergeben, wenn Menschen eine Entscheidung über ihren Partner im Direktvertrieb treffen müssen. Ich wette, Sie werden nicht eine andere Direktvertriebsfirma finden, die auch nur die Hälfte dessen vorweisen kann, was ich gerade aufgezählt habe. Es ist unmöglich. Sollten Sie mir diese Gegenteil beweisen können, räume ich gern meinen Posten. Können Sie nicht. Der Weg ist für Sie frei. Sie mussten nur wissen, was Sie erreichen wollen und welche Richtung Sie einschlagen möchten. Henry Kissinger hat damals gesagt, hat einmal gesagt, wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinwollen, wird Sie jeder Weg nach nirgendwo führen. Können Sie Ihre Zukunft schon sehen? Wissen Sie schon, wo Sie persönlich hinwollen? Können Sie sich in diesem Kreis der Diamanten, die 500, die wir haben werden in 2015, sich vorstellen? Die Leistungen von John Glenn wurden ermöglicht, auch durch Einstein und auch durch Edison. Die Chancen für Leck Verlesse wurden vorbereitet durch Henry Kissinger. Den Erfolg von Max Schwarz durch die Vision von Rich DeVos und Jay Ferdinandl. Die Zukunft von Ihnen allen durch Max Schwarz und die Leistungen der Schwarz-Diamanten in Europa. Und so weiter. Bisher bis auf 850 Millionen Umsatz in Europa. Bald auf 2 Milliarden in Europa. Wie es weitergeht, bestimmen Sie. Der Weg ist für Sie ganz persönlich frei. Im Namen aller Mitarbeiter von EMOI in ganz Europa wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute im neuen Jahr. Vielen Dank für die Zeit. Happy New Year! 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 Happy New Year!